Ich lerne Deutsch. Abbiegen, abfinden, abholen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich biege jetzt in die Einfahrt ab. Danach parke ich das Auto. Sie wird an der nächsten Straße links abbiegen müssen. Danach fährt sie noch ein Stück geradeaus. Sie wird an der nächsten Straße links abbiegen müssen. Danach fährt sie noch ein Stück geradeaus. Sie wird an der nächsten Straße links abbiegen müssen. Danach fährt sie noch ein Stück geradeaus. Dann können wir einen Spaziergang machen. Biegen wir hier ab, erreichen wir den Park schneller. Dann können wir einen Spaziergang machen. Er wird sich wohl damit abfinden müssen. Dann kann er anfangen, neu zu planen. Dann kann er anfangen, neu zu planen. Jetzt ist es zu spät für Veränderungen. Finden wir uns damit ab, dass es anders gelaufen ist als geplant. Robert wird morgen sein neues Auto beim Händler abholen. Danach möchte er eine lange Testfahrt machen. Robert wird morgen sein neues Auto beim Händler abholen. Danach möchte er eine lange Testfahrt machen. Robert wird morgen sein neues Auto beim Händler abholen. Danach möchte er eine lange Testfahrt machen. Hättest du das Paket früher abgeholt, hättest du es heute schon in deinen Händen. Hättest du das Paket früher abgeholt, hättest du es heute schon in deinen Händen. Jetzt musst du bis morgen warten. Hättest du das Paket früher abgeholt, hättest du es heute schon in deinen Händen. Jetzt musst du bis morgen warten. Holen wir die Pizza auf dem Heimweg ab, dann können wir sofort anfangen zu essen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann können wir die Pizza auf dem Heimweg abholen. Und dann können wir die Pizza auf dem Heimweg abholen. Dann k Darknessij mingen, deniza konsert wo-, dir die Pizza auf dem Heimweg abholen. Danach möchten wir den Himweg abholen. Aber ich muss den Hof bereits weaponen erdecken. Vielen Dank.